sound resumed so da sind wir dann auch schon endlich live hallo leute hallo der ganze german chat ich habe dabei mit mir im test den john schitter der hat sich gerade gemutet der end of day ist da der tiger und das ist da wir haben uns extra für dich gemutet damit wir in ruhe antwort machen das ist aber sehr nett von euch danke für die leute im chat zur info wir zocken zu viert also momentan noch die drei anderen ich bin noch außen vor aber wir werden gleich zur vierten runde league of legends nebenbei zocken die werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen können aber nicht wundern falls wir uns irgendwie aber wir helfen dark irgendwie beim rumlabern ja ist ein chaos stream von daher passt das schon alles er offiziell ist noch kein chaos streamer es ist anachie woche anachie woche ist ja aber karsten ist schon mal eine vorbereitung ja wenn der ab mitternacht startet dann halleluja da gehe ich erstmal ins bett da könnte man ausgehen also es ist möglich in den 24 stunden dass jeder dazu schaltet von uns so links werde ich sowieso vielleicht kann ich so überreden und dann spielen wir wieder zu flieger weiß ja was zielte als ich während dem chaos streams mal csgo gespielt hatte da ging es rund erinnere mich bloß nicht daran also ich habe dann am ende ein ace gemacht random also ich habe kein problem damit ich habe das nur mir hilft das nur ah geht aber ich merke es wie gesagt mein rost geht langsam runter dann sieht man von dir mal wieder 64 super mario 64 tiger super mario 64 von mir boah also wenn dann ja star road ne star road downy das ist bei dir ne den speedrun hat er auch gelernt star road null sterne kann ich sogar ähm ist das was du meintest wahrscheinlich ist star revenge es sind zwei unterschiedliche ah sorry star road ist da noch ein bisschen humaner und man kann null sterne speedrun tatsächlich ich kann es theoretisch ich hab's nie mal überlegt eventuell kann ich sogar morgen beim chaos stream was machen weil ich denke nicht dass ich im chaos stream doch hier country towns machen sollte ähm nachdem was eben gerade passiert ist nachdem ich gerade schon wieder gemerkt habe dass es heute überhaupt nichts wird haben wir es gleich mal gelassen ich musste erstmal die maus aus dem bildschirm ziehen die war noch im bild ja ich sehe es gerade das kann man auch ausstellen dass die mit aufgenommen wird ich weiß denke er hatte ich auch bei meinem stream im bild ich habe auch monitoraufnahmen gemacht das ist was ganz anderes aber das ist immer noch besser ja wenn es halt aber nicht anders geht ne monitoraufnahme beste qualität mtgo kann man halt nur mit monitoraufnahmen streamen weil wenn du wenn du versuchst das game zu capturen hast du ein schwarzes bildschirm ja das freut einen doch schwarze bildschirme sind gut vor allem wenn du streamen möchtest ja so rechts wenn dann aha ja die ist einfach zu krank 21 zuschauer gerade leute das ist nice ja hatten wir schon öfters ja es mag sein aber wir sind nicht allzu häufig relativ nahe an den 1 million views ja wenn ihr wenn ihr das sehen könnt ihr könnt ihr reflechen ich muss halt gucken ob das ähm oh ja oh ja das ist gut das ist gut sieht gut aus bleibt auf dem power Ari down ja aktuell sind es noch 999.964 ja also stimmt die zahl noch von den 36 klicks ja der bis der die das als views registriert musste ein bisschen drinnen bleiben ich hab das erste nein oh ah das wird ein bisschen dauern gg jung geht zu aber immerhin noch mal eine grüne zeile schafft goldsplits 3 wir haben auch nur gewonnen weil ich jetzt endlich mal den fucking kennen bekommen habe als geist ist er durch ja wir sind durch also dann diesmal ein normal game oder wieder aram was wahrscheinlich niemanden im chat interessiert wer ist sowieso nicht sehen kann aber aber im anarchy stream kommt noch irgendwann lol für die die es interessiert im anarchy stream ja ja stimmt morgen morgen abend morgen abend mit super mond ich bin dabei end ist bestimmt auch dabei downy zero tiger ist auch mit dabei ja und es werden dann fast zu viele für lol dann machen wir ein 5 gegen 5 wir machen 5 gegen 5 german g pfff als ob dann bin ich schön raus hier hab ich sogar einen Grund nicht zu nennen ja weil ich scheiße bin in lol ich geh in das theater wo downy nicht ist ich kann auch einfach in der base stehen mach es trotzdem also das ist dann normal gerne also downy war noch einen augenblick mit reingehen das ist immer noch kurz so ja wir warten doch sowieso noch auf tiger denn ich habe tiger nicht also ja dann zakurion warte warte im weiten erstmal tiger ja ok stimmt das ist übermorgen was ist übermorgen der ist übermorgen ja ne ne das ist über übermorgen das lol sogar das ist über übermorgen am 28 ok ich muss erstmal in den stream jungen ich hasse es meine stemme dafür zu hören ha 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 denn der ist standardmäßig bei mir im zwischen gemutet mit mountain ich bin es über cooper am 30 wieder find醒 beim am 31 genau der q die genümer ja du Ich hab's ihm gerade zugewispert, die ID. Und ich hab ihn jetzt schon leitet. Ja. Und dann jetzt suchen? Ich hab den jetzt eingestellt, Aram oder normal? Normal. Ach herrlich, was nehm ich denn da jetzt schon? Ja, der Olym ist noch da. Ich hoffe, das stört euch nicht, das Gelaber von den Jungs. Wenn's es stört, dann sind sie ganz schnell wieder weg. Das ist einer Schießtüter, ist das erlaubt? Ja, passt schon. Ich hab ja nix gegenseitiges gesagt, oder? Ah. Ah. Solang es dich nicht nervt. Ach, passt schon. Ich mein, du musst mit klarkommen, du bist grad noch der einzige Speedrunner, der aktiv ist. Also. Es geht, es geht. Ich bin jetzt mal gestorben, aber dann wird's halt mal kein PB. Er hasst uns innerlich. Ja, nur. Ja, ja. Eigentlich könnt ihr uns schon auf den Mond schießen. Ja, was wollen wir denn dann auf den Mond? Genau. Ich steh' denn so auf Männer. Ja. Tsss. 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 Ich bin's ja schon unglaublich, dass die Menschen es aushalten, unser Gelaber noch nebenbei zu nah. Ja. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Wie schön, dass ich mir die Zuschauerliste nicht durchlesen kann. Tsss. 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 Tss. Tsss. 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 Ich hätte auch Karma nehmen können, oder so. Äh. Karma. Ich spiele immer nur die komischen Subs. Karma ist das tolle... Du spielst in Velcos Support. Wie Support? Ich dachte, wir haben jetzt anderen Supporter. Ich war jetzt Mitte. Ich bin Support. Mit Ali. Achso, Ali ist da Support. Ja, und ich spiele die komischen Support. Ich dachte, das ist doch gleich. Äh, Leute? Wieso hat unsere Main Teleport? Meist ist das? Haben wir jetzt Triple Teleport? Ja. Go for it. Wir müssen gut geworden, Leute. Wir müssen wirklich gut geworden. Das? Do it! Oh, man. Oh, man. Gesehen gehabt von Mega Man X3, was auf den, ähm... Sega Mega Drive lief. Ein No Leg Hack? Nein, ein Boot Hack. Boot Hack? Hä? Das ist ein nicht lizenziertes Spiel, was die nachgemacht haben, so gesehen. Was auch nicht das Original ist. Leute versuchen eine crappige Kopie zu machen, um Geld zu kriegen. Ja. Achso, die IQ für den N64. Die was? Die IQ für den N64. Äh. IQ ist die, äh, von Nintendo offiziell lizenzierte N64-Konsole für China. Hat aber viel bessere Hardware-SD, weswegen auf sämtlichen Games der Lag weg ist. Was im Endeffekt mal heißt, dass Ocarina of Time lange Zeit auf dem IQ der schnellste war. Weil, no lag. Absolut no lag. Ah stimmt. Stimmt, das Ding. Das, was einfach so eine Art Handheld war, ne? Genau. So eine Art Handheld, den es einfach einen Fernseher anschließt. Man bräuchte dann die IQ und dann einfach noch, ähm, Everdrive 64. Beste Kombi. Waddy fragte ich grad, wann du denn Zeit und Lust hast. Ich? Äh. Ich mag es Zeit. Morgen im Chaos-Stream. Wegen was denn Lust und Zeit? An, ähm, Magiside. Whatever. Ich, ich kenne in Magiside sogar den Speedrun-Trick. Der benutzt du für. Ey, für Spaßbord, wenn ihr habt Trash Teemo. Hab Teemo Trash. Wow. Demo Trash-Botplay. Demo Trash. Demo Trash. Das geht ja eigentlich, oder? Hä? Was ist das denn? Was war das denn? Im Kombo. Äh, ich? Wir haben ja komischen Kombos hier. Äh, mich nervt grad meine Mitte. Weil Diana ist so ein... So nö. Poros lieben Porosnecks. Danke für diesen sehr sinnvollen Hinweis. Falsch Map dafür. Eben. Ich kann pingen. Ich kann pingen. Bei Toilette. Jeder kann pingen. Kann aber jeder auf den Pong. Ja. Wow. Wir spielen ohne Adi. Wir spielen ohne Adi. Wir spielen ohne Adi Carry. Ja geil. Solobot. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann haben wir ja gar keinen Chunkner. Da war so ein Rolles da. Das passt doch. Ja, mach das Festes. Ich glaub der hat unser Team gesehen und hat gesagt nein, lass mal. Ja. Dann war jetzt Festes der da jetzt auch in unserem Rank Team mit drin. Oh, jetzt werd ich auch nur angerufen. Ja? Festes dann kommt doch gleich hier hoch. Kannst ja mitzocken Festes. Genau. Oh, das ist jetzt... Das ist ein perfekter Zeitpunkt. Überhaupt nicht. Weil unser Adi Carry ist eh grad AFK geschafft. Natürlich nicht. Er ist wieder da. Ja, ein Wunder. Also das ist jetzt mein zweites Mal, dass ich Gengar spiele. Herzlichen Glückwunsch. Was du spielst Gengar? Ja, ich spiel das zweite Mal Jungle. Ja, Gengar Jungle. Aber wie weißt du, was lustig wär ein Gengar-Rengar-Skill? Okay. Okay. Got to catch em all, ähm, Rengar. So gut wär er. Ja, meine Güte. Ich kann ihm dann sowas von knicken diesmal. Ich reset und starte euch. Reset Hype? Ähm, nein. Nix. Nix. Nix reset halb. Ob ich den Blue Buff auf Level 2 packe? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an, was du anfängst. Kommt drauf an, was du mitgenommen hast. Kommt drauf an, was du spielst. Ich hab, ich hab Smile. Und zwei Heal-Pots. Nix. Ja, ich weiß. Ich... Ich... Das macht erst nur das Weihnachtsessen. Ich bin so voll gefressen, dass ich... Hey, ich kick den Blue Buff. Ja, Reset, Reset. Ja, leider. Tut mir leid, Manni, aber... Das Timo macht fast platt. Ja. Moin Crinoja. Ja, nice. Moin Crinoja. Er macht sogar Double Kill. Herzlichen Glückwunsch, Vayne. Es ist so unauffällig. Thresh geht ins Gras rein. Oh, dann stellen wir uns doch mal genau unterhalb der Minions hin. Das nur noch... Nichts. Zwischen Vayne und dem Gras ist. Wo Thresh gerade rein ist. Und er sagt Noel Graves da. Miss Mitte. Miss Mitte. Ich denke, dass der hochkommen will. Ja, ich hab mich voll gefressen. Und zwar sowas von... Nein, Viviana ist wieder da. Oh mein Gott. Wow. Ups. Das war das Falsche. Alter als ob. Ah, was? Ach ja. Ich hab gesagt, sie ist ein Mist. Ja, aber du war... Sie war doch gerade wieder da und dann dachte ich, dass sie dort immer noch ist. Jetzt bin ich auch tot. Du hättest doch sagen können, dass sie wieder weg ist. Die G-End. Warum? Du kannst doch mal selber auf die Karte gucken, Junge. Ja, die war dann... Du musst dich aber so blind juggeln. Die war dann wieder da, dann hab ich mich auf meinen Red konzentriert. Hashtag Rage. Gott nix. Was? Das kannst du später in deinem Ranked auch nicht machen, hier immer auf andere Reliant. Du musst es selber mal gucken. Ich muss mich auch mal konzentrieren. Ich kann nicht immer gleich schreiben bzw. was sagen. Nein! Ich muss mich konzentrieren, weil ich sowieso schon hinten lieg. Nein! Ich darf nur killen. Egal, dann... Warte. Schauen wir mal kurz die... Ah, jetzt hast du die. Okay, damit kann ich auch leben. Wenigstens hat sie nicht mehr den Buff. Ja, weil sie aber zu blöd war gerade. Was ist denn ein ACNL, Bunny? Hä? ACNL? Mhm. Wann? Das ist eine neue Erfindung von Bunny. Keine Ahnung. AC ist der Strom. Das ist ja eine Stromstärke. ACDC. NL ist wahrscheinlich Niederlande oder so. Animal Crossing New Leaf. Okay. AC ist Strom. Irgendwas mit Strom. Hä? Ist der Red Buff jetzt schon wieder da? Ich frage mich schon nicht, ob das wechseln oder gleich ist. Ich hab keine Ahnung. So ist der Red Buff schon wieder da. Ja. Oder ah ne. Hat einen Minion stehen gelassen wahrscheinlich. Ja, einen Minion stehen gelassen. Ah ne. Doch nicht. Ich hab mir jetzt Timo geholt und die Vayne hatte jetzt auch einen Kill. Hallo Gangplank. Ey. Help mir mal. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ist er runter oder hoch? Er ist runter. Ah. Downy, please. Äh. Miss, ne? Ja, er ist da lang. Mitte Miss, ne? Bottom ist auch nichts los. Man sieht hier überhaupt nichts. Gewordet. Wird 18 zu 29. Oh shit. Vorsicht, ne? Ähm, ich meine. Gangplank ist Mist. Gangplank ist Mist. Gangplank ist Mist. Einen Glückwunsch, Vayne. Blank ist wieder da. Bane feedet und gar nicht oder so. Ja, ein bisschen Map Awareness braucht man schon. Ja. Hey, da kommen zwei Leute von unten. Ach, laufen wir doch mal in das Gras rein. Ja, da stand nur ein Word drin. Ich hab schon gesehen, dass da zwei von unten kommen. Oh, wartet. Ja, ich weiß. Wartet. Ja, ich weiß. Wartet. Ich sag's nur nochmal. Oh nein. Zum Glück hab ich den, du weißt schon was. Das ist den Slow. No man has saved you. Ja. Okay. Ja, nächste Woche darf ich auch Montag, Dienstag und Mittwoch arbeiten. Leider. Leider, leider. Ich hab ein Glück hab ich Urlaub. Alter. Boah. Mist, die Ahnung, ne Leute. Schon wieder Mist, Mitte? Ja, natürlich. Sie ist tot. Ach so, ja. Ja, genau. Lass dich runter ballern und dann mit Schrei nach Hilfe. Äh, bottom ist. Okay. Ah, falsch gesprungen. So. Gang bling miss? Ja, die machen wahrscheinlich gerade Dragon. Ja, der ist wieder da. Ja. Ja. Nice, Mann. Anstatt den Timo. Hm? Anstatt den Timo weg zu hauen. Wo ist die Diana? Das Mist, ne? Die war gerade wieder da. Ja, ne, ne. Die war gerade da. Aber da hast du ja nicht aufgemacht bekommen. Oh, hallo, Diana. Ah, Diana. Hör auf, Damage zu machen. Und, greif doch ran, greif doch ran. Daoni, wir sind zweit. Der Park ist da. Wie ist es gerade nur Backport? WTF, seit wann macht Gangpang so viel Damage? So viel aus. Warum halt Gangpang auf einmal so weit ist. Leut! Ah. Kick. Du hast ihn schön weggekickt. Ja, ich wollte hier erstmal Timo aus dem Weg haben, damit wir uns einen kriegen. Sehr geil. Und kann sein, dass ich mit Marseille bald wieder WoW spielen. Na schön. Monat kostet momentan nur 5 Euro. Ich weiß. Hab ich aber auch schon gesagt. Hast du? Ja, hab ich. Oh. Ein HP? Mal sehen, ob ich vom Boss getroffen werde oder nicht. Oh, der Timo. Der Timo müsste jetzt sterben. Hallo Timo. GP ist miss. Was? Wer wettet gegen mich? Was ist es für ein Boss? Leute. Tunnel rein oben. Diana, hinter euch. Oh. Genau. Ja, die Leute. Da kommt ein TP rein. Was? Könnte der GP sein. Ja. Da ist der GP. Wenn der Baruch ist, kann ich pushen. Endlau. Könnt ihr. Ja. Ja. Der Gangplank. Warte. Bleib bloß hier. Wir machen den Du-Buff. Bin da. Hast du Ulti? Nein. Nein. Wir müssen auf die Diana zuerst, ne? Unser Alisa musste erst reingehen. Bei mir Bescheid, wenn der GP weggeht. Ah. Er war weg. Der GP ist immer noch weg. Also, jeder der gegen mich gewettet hätte, hätte verloren. Komma. Wäre das ein Problem, wenn... Ah, ne. Egal. Oh, Mann. Wenn sie... Ey, soll ich mal, ähm, Marcel hochmuten? Mach doch. Ne, Pestis ist ja... Halte! Ne, Pestis, wenn... Scheißegal jetzt! Ne, Pestis macht ja wenn gleich mit, wahrscheinlich. Wir haben jetzt erstmal wieder den Red-Buff. Ah, jetzt hab ich leider den E-Ferz-Sau. Sonst wär der Gangplank tot. Er ist alles Mist. Hey, 95 X-TX. Moin, moin. Er ist auch mal wieder da. Hi, ho. Hi, ho. Er hat einen Drake gemacht. Ja, ich hab aber einen Top-Dauer gekriegt. Das ist ganz gut. Ja, ich weiß, aber ich glaub der Dragon ist sogar ein bisschen mehr wert. Jetzt hat mich irgendjemand angestupst. Ja, ich glaube, dass es fest ist. Warum geht der so aggressiv rein? Und tot. Hier, hier, hier ist der... Wawik, Wawik. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich ult. Jetzt hab ich ult. Dankeschön. Hab doch gesagt. Hey, Bad Lysop. Hallo Lysop. Hallo Lysop. Hallo Lysop. Könnt ihr nach dem Spiel kurz mal gucken, wie die Klicks aussehen oder die Views besser gesagt? Kann ich dir auch jetzt sagen. 9,9,9,8,3. Das heißt, 17 Stück noch. Oh fuck, ich muss weg, sonst bin ich tot. Wir kommen näher an die 1 Million Views. Du solltest da nicht auch hingehen. Ist auch inzentriert, wenn Diana dich anspringt. Problem ist, Diana ist halt so ein... ...idiotischer Scherb. Wir müssen warden, echt. Wir haben nicht... Oh, äh, das... Hey, mach, mach uns nicht, mach Ulti, mach Ulti, mach Ulti. Und geh rein, spring auf, spring auf. Was ist das? Herakim kommt von unten. Do what you want, cause a pirate is free. Aaaaah! A pirate! Alter, headbutt doch! Arr, arr, ticker, ticker, ticker. Do what you want, cause a pirate is free. Arr, a pirate! Was ist gerade los? Nice! Hado, kommt hoch. Was? Get new threats for getting more items. Ich komm wieder. Weil wir uns planen können und sowas, was wir möchten und nicht organisiert ist. Pack mein Manners alle. 95xtx. Oh nein. Ah, ich kicke einen von denen. Ja, dass... Jeder darf streamen, wandern will und was er will. Ja. So habe ich halt heute Morgen zum Beispiel von 5 Uhr bis um halb neun Magic Online gestreamt. Magic Online? Ja, Magic Online. Nein. Wie viele Zuschauer hattest du denn so gehabt? Äh... Anfangs so neun, zehn, weil... Wie gesagt, ich habe um fünf Uhr angefangen. Ähm... Als ich dann fertig war, war ich so bei neun. Ja, aber ne, die kommen doch nicht mehr hin. Die wissen, dass du da drinnen wirst. Von dir den Ward oder was? Nein. Du hast sie aber sichtbar hereingestellt. Ja, vielleicht denken die ja gleich, ich bin wieder weg. Äh... Oh, die... Oh, die ist so scheiße. Die... Die kann nicht dodgen, die Eule Forge. Nein. Also... Mit pornographischen Inhalten wurden wir gebeten, nichts zu machen. Festes. Okay, come on. Wir werden jetzt nochmal hier lang kommen, ne? Ruf Downy. Ja, pornographische Inhalte dürfen wir nicht. Sonst hätte ich was ganz ganz lustiges gezeigt, Kappa. Ja, come on. Ah, dann flash natürlich raus. Na klar. Ja, der hat sie natürlich unsichtbar gemacht, der hat seine Passive genutzt. Du kannst auch unsichtbare sehen, glaube ich, mit deiner Ulti. Ja, nur mit meiner Ulti. Die Ulti hatte ich aber nicht ready und die hatte einen Todes cooldown. Ja. Wir haben Rift Harald. Wir haben jetzt Rift Harald getötet. Und den Drax. Ja. Da hieß es halt ganz explizit. Nein. Darf es nicht. Das ist uns ein bisschen zu heiß. Da kommt irgendwie eine... Das kann nicht werden im Chaos-Creak kann ich das machen. Oh mein Gott. Mein Privat-Channel. Das ist nicht so schlimm. Und so, ich... So, das wird... Ist halt fraglich, ob es dann restreamt wird auf German. Weiß ich nicht. Leute, Leute. Hier, Ulti rein und... Und Q. Wow. Ich hab sogar Q gemacht, Alter. Wie viel... Du musst ein bisschen warten, du weißt du. Dann kannst du Doppel-Q machen. Alter. Genau. Tu auf den Super... Kappa ist Kappa. Genau. Daniel muss immer so spielen. Nein, nein. Deine Ulti... Kappa ist Kappa. Deine Ulti macht... Ich weiß, meine Ulti regeneriert. Ja. Warum ausgerechnet Rengar spielen? Rengar sein ist der schwerste für Neuentfänger. Letztes Mal... Habe ich mich sogar gut angestebt. Letztes Mal, ja. Aber... Letztes Mal ist nicht dieses Mal, ist nicht jedes Mal. Ja. Ja. Da auch nicht mit was für Leuten spielst du denn? Ich hatte mit mir gespielt. Mit alle einen? Yay. Dann ist auch ganz klar, dass du da rausierst. Ja, ich weiß. Dann ist auch ganz klar, dass du da rausierst. Ja. Da auch nicht mit was für Leuten spielst du denn? Ja. Und du spielst mit uns, Saudi. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, wenn du alleine spielst, kriegst du halt gegen Gegner, die dein Level haben. Ey. Wenn du mit uns spielst, kriegst du halt unter anderem halb nur Level 30, ja. Eieiei, die Diana wird so gefiltert, das ist nicht gut. Ja, was glaubst du, wie der Timo gefiltert ist? 12-2. Ja. Ach nie. Und sie haben noch einen, oh, noch einen Drake. Wer wird jetzt gefiltert? Die spielen nebenbei noch League of Legends. Nicht wundern. Ah. Das ist die Vorbereitung für den Chaos-Twinkel, mit danach wo es geht. Die anderen dann auch noch? Ja. Ah. Verdammt. Hättest du ihn vorher machen müssen. Wow. Wie ich das gerade noch gecheckt habe, dass da Diana rausgeschossen kommt aus dem Gras. Hau dir doch gegen die Wand. Wow. He's away. Oh. Eigentlich sollte ja der Gegner einen so hier down die Level kriegen, aber der ist ja nicht wir nochmal einen dazu. Das fällt einfach so gut, dass wir noch einen down die Level kriegen. Und ich hab den gegnerischen Blue gestealt, den mal ohne cooldown dazu gelassen. Was meinst du, Hakmet, wie auf einen anderen Channel machen? Es ist halt Anarchie-Woche, da ist das mal erlaubt. Das ist ja nicht immer bei uns so. Richtig. Das ist nur von Heiligabend bis zu Leicester. Ach gut, Jan, pass auf, die ist ganz schön stark. Ich seh's. Der hat auch einen Blooper. Du wie ich schifft hier an. Woaau. Wow. Es hat uh gesagt, die ist stark. Das ist doch die Stange gehoben, wandmittelt. Ja natürlich. Die Aufbrustfest. Hackmet. Halt's auf. Temo kommt auch noch, ne? Temo kommt nach hinten. Ah ne, ich hab Temo abgeschreckt. Ich hab seriously gewonnen heute. Ja, was jetzt? Ein bisschen mehr Worn, ey. Hakmet, ihr auch ein großes Fest. Großfest, ihr, wer auch das immer gesagt hat. Hakmet. Hakmet? Hakmet. Kannst du mit Ulti rein? Ah, da nicht. Alter, wie viele Pizza hat er da noch drin? Ein paar. Hey, jetzt bin ich. Ich hatte gerade vor live. Ich weiß, das ist ein gefielter Timo. Timo hat sich den großen die Kröte gemacht. Was ist jetzt schon wieder ein Glott? Gold Split. Achso, Gold. Das ist, benutzen alle. Das ist ein altes Meme. in der Speedrunning-Community. Ähm. Lot ist im Endeffekt ein verschriebenes Goat. Hm. Oh my god. Kann man das vergessen und surrendern, oder? Ich hoffe, dass jetzt mich Mr. Tiger nicht trollt. Eigentlich nicht, aber... Wieso? Ich troll dich nicht. Doch, mal gucken. Wieso warst du in Timo drin? Ja, na. Du weißt, dass du keine Chance gegen Timo hat mit 12-2. Ich war ja nicht in Timo drin. Warwick hat mich geultet. Da unten? Ja. Das ist schon viel zu weit raus. Warte, wo unten? Moment. Jetzt ping nochmal. Wow. Jetzt ping nochmal, please. Was du meintest. Nein, der hatte mich. Da unten ist schon viel zu weit raus. Ich geh in den Timo. Ah, er trollt mich. Mr. Tiger, why are you trolling? T-Shirt? T-Shirt? Ich kenn dich gar nicht. T-Shirt? Ich kenn dich gar nicht. Wir wollen euch 0 schon mal langsam an den anderen schießen, bitte. Ja, es mag sein, dass es irritiert. Ich hab auch überlegt, ob ich vielleicht meinen Stream anwerf, damit ihr's optional auch zuschauen könnt, aber... Okay, das macht keinen Sinn. End. Mach Surrender. Hö. Ich Surrender. Und Mr. Tiger hat mich nur minimal getrollt. Wieso? Achso, Mr... Geht das wieder los? Du, ich bin eigentlich... Ey, der Warwick. Ja, du kannst. So. Jetzt brauchen wir einen Pestis noch, ne? Ja. 100%ig. Das war wieder typischer Random. Der hat wieder alles kaputt gemacht, deswegen spiel ich keine... Eigentlich keine Normen. Wir haben ja nächstes Mal... Dingsons. Mit dabei. Pestis. Pestis. Ich hab Pestis auch schon eine Einladung geschiebt. Guck mal. Dann... Die hatten zwar saufviele unter der 30, aber die waren alle besser als die scheiß Wayne. Weil Wayne spielt Wayne. Wieso kann man als Neu-Spieler Wayne spielen, ne? Das ist genau wie als Neu-Spieler-Ringer-Spiel. Pfff. Ja. Call me Mr. Wayne. Call me Mr. Wayne. Call me Mr. Wayne. Ah. Ach Herr Loic. Der neue hat das Scrooge-Task. Ich glaub wir ver... Verscheuchen die Leute. Und so weiter machen. Das hab ich ja heute Morgen auch gemacht. Als ich am Scream war, hab ich ja dann auch bei den Liedern, die ich im Hintergrund laufen lassen hatte. Hab ich dann auch teilweise nicht gesungen, wenn's tolle waren. Ja der Unterschied ist, hier hören die anderen Leute im Stream das Lied nicht selber. Ja. Das ist der Unterschied. Ähm. Lasst ihr mir denn so schöne Sachen heute Morgen dabei wie zum Beispiel, ich steh hier mit meiner Laterne und meine Laterne mit dir. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Ja, mein Licht ist aus, ich will da raus. Da da da. Was ist hier los, ich muss mal groß, ich kann nicht mehr. Ich rufe sie her, die Feuerwehr. Ich will eins, eins, zwei, kein Handy dabei. Ich bin so dumm, ich spring mich um. Rabibbel, Rababbel, Rabum. Oh mein Gott. Könnt ihr echt das? Nee. Das Lied ist so super. Oh mein Gott, das muss ich im Stream mithören und dann die Reaktion. Ähm. Du kannst das sogar auf Youtube findest du das Lied. Von den Monsters of Wiedermaching und heißt Klazerne. Wow. Ich könnte wieder mit Synch Support machen. Ey guck mal, Fennec ist unten in der Lobby 2. Aber und wie läuft dein Run? Ja, Goldsplits. Goldsplits, hört sich das schon mal gut an. Und da bin ich das erste Mal gestorben, yay. So viel dazu. Egal. Liegt super in der Zeit. Was ist los, Annemarie? Ja ebenso. Geht jetzt wieder los. Ich verstehe schon. Und alles gut für euch. Muss doch, muss doch. Oh. Oh, ich hab was. Ich hab was. Ich hab was. Die 2 Liter bleibt schon leer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab was. Ich hab was. Ja komm, Leulerei Fenster. Das war auch so gar nicht. Das ist schon bekannt. Wo ich wohne. Witten in der Ortsmitte. Und da kommen halt abends so Leute. Die dann halt schon mal mit einem Besen-Spieler am Fenster kloppen. Und frohe Weihnachten wünschen. Und wenn ich dann sag, wo habt ihr denn jetzt den Besen-Spiel her? Heißt dann, Ayy, hallo Kaku, hab grad seine Hose aufgemacht. What? Ah, Peter. Oh mein Gott. Ich, ey, ich seh mir, ich seh schon die Gesichter von Ziff und, und Rio wenn die das sehen. Äh. Die schneiden ja nur die Bots. Das ist das Schlimme dabei. Der sieht nur, okay, da fängt's an, da hört's auf. Und was dazwischen gelabelt wird, ist scheißegal. Ich glaub, die gucken sich das nochmal an, was wir gemacht haben. Ähm. Muss doch ein Beispiel haben, dass meistens kein Bot gibt. Obwohl, das erübrigt sich von selbst, weil ich hab Copyright-Musik. Du sollst einen schnell bei Spotify, aber die geht dann halt dumm. Wo bleibt denn Pestis? Pestis? Pestis, 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 bitte die Null, bitte die Null. Ach komm mal ran hier. Wir warten auf ihn. Ruf ihn einfach hoch, eiskalt. Hehehe. Hehehe. Weil, ey 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 ey. Das bringt doch so viel, weil er auf Sound-Mute ist. Ich weiß. Du kehrst denn, dass er wenigstens schon hier wird. Das bringt doch ein bisschen weg. Dessert. 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 Ja, ich kann aber morgen auch nicht mit den kompletten... Äh... ...Kaosten... ...Mitmachen. weil ich morgen bei meiner Freundin bin und mit der dann halte ich abendfeier. Ich glaube, man erwartet auch nicht von dir, dass du durchgehend da bist. Doch, doch. Doch. Mindestens. Ich bin sogar 25 von 24 Stunden da. Ich glaube gerade so. Ich glaube aber eigentlich unser Chat ist gerade tot, oder? Ja, mein Gott. Ich glaube wir haben sie alle getötet bei uns. Ich hab sie zu sehr verwirrt. Nööööö. Sind immer noch Leute da. Ja, viele, viele Leute. Pestis ist auch noch da, laut Chatliste. Seronu ist da. Der kann natürlich auch mitspielen, aber dann werden wir 6. Ja, wenn Pestis nicht kommt, dann holen wir einfach ihn hoch. Oh, was ist Seronu mit rein? Er ist sogar online. Dann move ich ihn, er ist kalt. Moment. Weiß er Bescheid? Er hat's gerade gehört. Genau. Er wird halt gemoved, bevor er hört, dass er mitspielt. Ja, jetzt weiß er, dass er mitspielt. Keine Ahnung. Ah, ja. Okay, kann man machen. Moment, ich stupse ihn jetzt 10 mal an. Stupse, 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 move. Hehehe. Hehehe. Hey, er ist ja schon hier. Pestis oder Zero? Ach, Zero. Ja. Hallöchen. Hi Zero. Ach nein, jetzt macht der auch noch mit. gespielt, setzt bleiben mit. Hehehe. Hehehe. Daunie, was kannst du am besten spielen? Kann. Mitte. Hehehe. Schön, also haben wir Daunie gesehen. Da hat Daunie kein ganzes Spiel. Hehehe. Du brauchst die gar nicht fragen. Tipps. Marcel? Na? Ja. Du kommst nicht in den Recall. Recall. Du kannst es nicht dein Ziel im Leben sagen. Beziehungsweise in LoL. Ja, Daunie pickt als erstes und, äh. Dass sie das kein Draft pickt, LoL. Dass sie das kein Draft pickt, LoL. End mit Ashe. Was soll ich denn da als Support dazu nehmen? Ich bin doch am überlegen. Hehehe. Hehehe. Leona? Hehehe. Ah. Leona kann ich nicht. Hehehe. Also wir haben doch Top. Du kannst doch Top-Dame gehen, da geh ich sofort. Hehehe. Ich bin Top auch nicht gut. Soll ich mit Vega bitte? Hehehe. 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 Alles klar. Also Zero, du machst Jungle. Kann mir nicht entscheiden. Oh nein. Ich muss meine Mainlane spielen. Oh nein, ich muss meine Mainlane spielen. Oh nein, ich muss meine Mainlane spielen. Oh cool. Oh, Top-Dame. Vielleicht. Ich könnte mal Top-Dame spielen. Noch 16 Viewer, ne? Ähm, 17. Und? 22 draufstehen. Also 17 bis. Organa? Organa? Nicht so gut, aber Lux könnte ich machen. Timecant? Wie schnell. Ich kann vor allem die alten. Lux könnte ich. Karma könnte ich. Karma? Mal gucken. Karma müssen wir mal austesten. Karma ist interessant. als Support. Ich hab auch schon mit RICE Support gemacht. Mehr AD oder mehr Rüstung? Ich weiß nicht. Mehr AD oder mehr Manareg? Keins von beiden. Hehehe. Ob LeBronk? Ja! Nein! What? Was hast du gemacht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geht doch fit! Fuck it! Oh Mann! Das ist... Bronfen Support ist doch gut! Ich hoffe, ich hab Smite mit. Oh. Sorry. Ich hab's glaube ich verpasst, Smite mitzunehmen. Ne, du hast Smite mit. Genau. Sicher? Ja. Oh, gut, gut. Also ich hab leider einen Fehler gemacht. Ich hab Ekenleid mit. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal die drei besten Skins. Meine Maus im Arsch, dass ich einen Double-Click gemacht hab, als ich meine Summoner-Skills getrennt habe. Warte mal. Wir haben fünf Skins. Wir haben Skins wins. Ich hätte einen von drei Renekton-Skins nehmen können. Und das Lustige ist, die kommen alle aus nem Mystery-Gift. Ja. Ah! Nein, Nassus ist auch aus nem Mystery. Und ihr habt alle so'n Glück, wenn ich mal ne Mystery-Gift kriege, dann kriege ich so 520er. Geil. Ich würd auch mal ein Mystery-Gift haben, der so teuer ist. Ich hab aus nem Mystery-Gift ist halt geil. Ich hab aus nem Mystery-Gift, äh, nen Ash-Skin. Ey, Kevin! Welcher war das? Kevin! Äh... Ach, noch so'n Kevin. N! Kevin! Jaaaa! Du hast mitbekommen, wir reden 105 Euro nur noch wegen irgendeinem Tailor. Das hab ich euch auch schon mal erzählt! Nur irgendwie finden wir das nicht mal, wo das ist. Auf jeden Fall hab's ich nicht gefunden. Wann hast du uns das erzählt? Venture-Support dann richtig? Joa, Livlong, gebt ihr ihr die Krapier. Du als erstes, ja. Du als erstes, ja. Also ich hatte schon mal ein schlimmeres Match, neue Meta, zwei Jungler. Oh, ja, das ist auch cool. Einer nimmt den Top-Jungle, einer nimmt den Bot-Jungle. Das hab ich auch schon gesehen. Und zwar mit Amumu und Ani. Äh... Also wie... Ich hatte Mundo und Yi. Geht auch so. Ich hab... Geht doch so. Geht so sehr hoch, das saust mich. Aber da würd ich eher einnehmen, der... Was ich mal recht interessant fand... Wir haben ein reines AD-Team, außer Zilean. Wir haben mal mit Udiel und Shako Double-Jungle. Ich bin... Meinst du das Gegnerteam, oder was? Ja, alle AD außer Zilean. Zilean. Ich weiß nicht, ob's gegen Zilean alleine lohnt. Äh... Da freut sich ja unsere Lule Blanc... Nichts. Das war cool. Ist er mit dem Ghost? Ups... Eh, nein. Ja, das war Absicht. Äh... Kommt, glaub ich, keiner. Die kommen Blue. Ich werd schon mal Richtung Blue hoch. Ich werd schon mal Richtung Blue. Ja, die sind da. Sie sind beim Blue? Ey, lass mich nicht alleine. Da sind sie. Ja, jetzt haben wir gewartet. Oh... Ich bin gut, ne? Talon Level 2. Talon Top. Ja, Talon Top. Bei Z-Mitte. Ah, Yurika! Sorry. Ich hab übrigens ein E als ersten Skill, ne? Okay. Okay. Du weißt, ein bisschen zu lernen kann ich. Ich treff. Ja, dann lernen zu treffen, bitte. Hehehe. Bei Amy. Bei Amy. Ja, hier. Okay, ich hab Lecks, fängt gut an. Naja, das hab ich doch gewusst. Na prima. Autsch. Wir da gewartet. Ja, das hab ich gewartet. Ja, das hab ich gewartet. Sonst hat Sakurion immer die Dax. Oder... Nee, du... Äh... Du hast doch hier aus dem Busch raus attackiert. Meine Güte, ey. Ey, mein Bluestack. Ja, war klar. Die waren da ja auch. Ja, war klar. Die waren da ja auch. Mit oder ohne Blue? Das ist hier die Frage. Ein Blue, da be die, da be dein. Bies. Oh, ich hasse Mirror Match, wisst ihr das? Hä? Ja, so ziemlich. Ach so. Oh, kacke. Was? Was? Was piept denn da immer so? Das war bei mir die Tastatur. Ich bin auf eine Tasse gekommen. Ich kann das... Möchte das grad nicht... Ähm... Ähm... Umändern. Ja, ist faul. So kam es auch, ne? Ja, ich bin grad im Speedwahn. Der eine nennt das so, die andere nennt das so. Ich weiß, ich bin im Proben. Kommst gleich einmal runter zu Z, ich hab E ready. Und halten die. Setz dein E. Ist glaub ich gewordet oder sowas. Lass dich so aggressiv rauflochen. Kannst dein E setzen? Äh... Ja, kann ich. Ja, das war nicht an dich. Toll. Fuck. Ja, ich kann nichts machen. Nice. Sorry. Worth. Wow, noch ein bisschen. Ich hätte grad 5 HP über überlebt. Ach man. Nur weil ich Ignite aus Versehen mit hab. Ich hab grade Flash im Set zu klänen. Das war tot. Lieber. Ja. Völlig gerechtfertigt. Down the stone. Scheißegal, was erfüllt wird. Wenigstens hat Silian kein Copy als Support, ne? Was? Silian Poppy? Silian Poppy? Ja, ne. Ja, ne. Ja, seine... Seine Low-Elo-Dinge, Leute. Minion Ball. Minion Ball. Er hat doch gar keine Elo. Er meinte Low-Elo, halt Level-Elo. Nee, ich meinte das eigentlich wegen dem einen Video. Dacurion. Ja, meine Güte, ey. Wenn ihr Depp mich schon wieder am treuen, wie nichts Gutes ist. Natürlich. Ob wir ihn nicht so overgriden, ne? Der war gut. Das Gute ist, wir können halt die Ash out-moven. Er muss trotzdem auf Silian aufpassen. Ja, der ist grad miss, ne? Der ist immer noch miss, ja. Hat der mir mal wieder ein blödes Pattern gegeben, ey. Beschwer dich bei der ANG. Seid, dass du nicht Level 6, ne? Noch mal drauf. Moment. Das geworden. Kannst du sch... Ich setze den E, ich setze den E, ich setze den E. Oh, viel zu spät. Äh... Jetzt soll mal 10 Sekunden warten. Er wird dich gleich einfach ulten. Er macht Shadow nach vorne und ultet. Hast du noch Flash? Nein, hast du nicht. Nein. Ich kann aber die E auf mich setzen, dass er dann direkt, wenn er da ist, gestunt wird. Wurde ich dich setzen, ne? Guckst dein Shadow irgendwie raus. Setz deine Weh hier hin. Erzähl Shadow raus. Oh scheiße, hier ist Rengar. Rengar, 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 Rengar. Oh, bist du auch miss. Oh, Rengar ist im Busch, ne? Siehste? Achso, richtig? Ja, ich weiß, was im Busch, ich weiß. Das Böse ist im Busch. Nice. Rengar full, Rengar low. Oh, voll. Die haben bisschen Worts. Oh, der geht jetzt wahrscheinlich wieder zu meinem Blue. Der hat schon Blue. Oh, fuck. Soll ich einmal kurz den Silien oder Ash-Stun? Oh. Die haben da ne Worts, ne? Oh, ja, ich merk's auch. Oh, Downy. Ey, dann komm doch rein. Komm doch jetzt. Der Gengar. Der Gengar. Der Gengar. Der Gengar. Hallo, der Gengar. Ja. Du musst denn aber auch reinkommen, wenn du schon da stehst. Und wir mal wieder abbauen. Nein, ich hab den Gengar. Warum bist du abgehauen, Mann? Wenn ich doch hier über die Wand springen kann. Dann musst du jetzt nicht alles mitnehmen. Ich verwollte sie, aber ich weiß nicht. Soll ich auf Support-Items gehen? Oh, fuck, fuck. Fuck nicht töten. Oh, wer hat ihn denn jetzt getötet? Keine Ahnung. Downy! Ich hab sie nicht getötet. Die hatte nur Life. Pallon OTP. Wie ist sie denn jetzt gerade? Ja, kann ich gleich erst. Wie ist sie denn jetzt eben gerade gestorben? Momentan habt ihr es aber gerade, ne? Ja, ne. Danach hatte sie noch ganz bisschen HP. Oder die ist halt an meiner Ulti-Passive gestorben, an dem Wirbel da oben. Kann auch sein. Da geht er nicht. Wir haben sie ja alle ignoriert. Das kann ja eigentlich nur Vega gewesen sein. Oder seine Passive. Ja, sie hatte halt noch bisschen Leben, deswegen. Und dann ist sie höchstwahrscheinlich an meiner... ...Wirbel da gestorben. Ja, du warst doch noch gar nicht mehr dran an hier. Doch, ich stand zu der Nähe vom Drake. Ja, und sie stand ganz weit weg. Sie stand im Cage, aber sie stand nicht im Cage. Apropos Drake. Nein, wir machen den jetzt nicht. Die lieben alle. Und ich sowas von nicht. Au, der macht schon Schaden. Ja. Aber in 15 Sekunden habe ich Mana, ne? Ich habe eh gleich ready. Ja, cool. Und er will einfach nur weglaufen. Und jetzt macht er einfach sein Shadow hier. Ah, lol. Ja, der hat sein Shadow vergesst. Ich muss noch kurz weg. Verdammt. Ich habe gleich Ulti, ne? Okay. Hätte jetzt. Das ist alles. Ich war zu verlieren. Oh. Warum leckt das die ganze Zeit so hässlich? Keine Ahnung. Weiß. Hast du den Kill bekommen. Ah, sorry. Ne, ist schon okay. Oh. Der Set fühlt sich schon todesverarscht. Wieso? Weil du die ganze Zeit aufgehst? Ja, weil ich die ganze Zeit bei ihm bin. Sollen wir dir schnell den Herald holen? Nein, schauen wir nicht. Ja, doch. Locker. Du hast genug KP, glaube ich. Und ich kann auch noch... Ja, aber der Herald... Der Herald macht Damage, wie sonst was. Talon ist in der Mitte. Ich glaube, die Jail haben Blaine geswitcht. Wir sollten weg. Wir sind weiter weg. Wenn die Ulti kommen von Ashton... Z kommt runter, Z kommt runter, Z kommt runter. Oder in die Mitte. Ich weiß nicht. Nasus, kannst du top hin pushen? Ja, ja. Ich habe hier schon Nerven Power weg. Ich muss einfach nur ein bisschen Druck aufbauen. Gehen ein bisschen defensiver. Ey, der ist oben, der ist oben, der ist oben. Setz deine E. Ja, kommt noch jemand, ne? We don't say. Egal. Ach so, der Rengar kommt auch noch. Ja, sag ich ja. Kannst du den Rengar holen? Der Rengar ist hart. Nein. Ich glaube, das mit dem Tor war, gab es keine gute Idee. Schade. Chris, ich bin tot. Wir haben mal ein bisschen... Rückgepusht. Hier die Minions schon am zweiten Tor war. Ja, Torben, wenn er schon alles für mich benutzt, dann musst du direkt auf ihn drauf gehen. Ich habe Ulti. Ja, er hatte Ulti gemacht. Ja, trotzdem. Er hatte Ulti raus, Flash raus, alles raus. Da hättest du ihn einfach angreifen können. Mit allem was du hast. Ich hatte die Q halt eben schon vorher gemacht. Hättest du ihn jetzt, bis dann wäre er tot. Boah, ja, Ulti. Ja, ich weiß, dass er dann tot wäre. Ja, aber du hast... Er ist doch nicht so weit für Blaze, Kevin. Halt die Fresse. Ich brauche hier unten mal ein bisschen Hilfe. Nein, ich komme zu dir. Kannst du den Ziel ja nicht... Achso, du hast Ash. Achso. Ja. Kevin, Alter, du atmest so heftig. Boah! Fuck, Tommy! Er entflingt immer so, als würde er sich einen runterholen. Ist so... Ja, ich muss halt ruhig bleiben. Kann ich aber nicht. Das ist nicht ruhig, Mann. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber das funktioniert nicht. Wie gesagt, hör doch mal zu. Nein, es gibt so einen Weltraum nicht in der Kategorie E. Ich habe einen so Pippen mit. Mal gucken, ob der angenommen wird. Nur weil es was nicht gibt, heißt es ja nicht, dass es nicht ewig das geben darf. Ewig das nicht geben darf. Oder so. Warum, Schildern? Ja, war mal dafür Q und... Äh, für E und Ulti. Ja. Willst du in die Mitte kommen oder sowas? Äh, ich hab... Wo soll ich weiter... Ich hab schon genug, hab schon genug, hab schon genug, hab schon genug. Du musst ein Shadow rauskriegen. Noch ein Shadow raus. So, den kriegen wir jetzt. Mach Alte! Alles! Ja, hab ich schon alles. Hui! Nevermind. Oh ja, danke. Du hast noch Ulti und sowas gehabt. Hättest du ihn vorher noch Don bekommen, wärs viel besser gewesen. Oh ja, 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 ich hab'n Zöljen am Arsch. Unten. Bring Gashia. Oh, nicht, nicht angreifen, nicht angreifen. Ulti ist raus. Wie die gemeint die Koi gelatscht sind. Ah. Du fokust Ash, ich fokust Zöljen. Hä? Fuck this. Ah, er hat keinen Exhaust. Wow, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir können... Nein, er ist Greedy auf den Zöljen. Ja, nicht zufrieden. Ja, jetzt... Er backbottet nochmal. Oh... Ja, egal. Er griechelt jetzt nicht nochmal... Nein! Er, er wählt nur. Braaker, kommst du bitte hierher? Ja. Ich wollte noch einen... Farm holen. Ja, trotzdem. Eyy, send es hier, send es hier, send es hier. Ich bin gleich am abkratzen, ne. Ich sag's nur. Geh weg, geh weg von mir! Ja, da hat mich der ganze noch mehr bekommen. Der macht AOE-Damage, deswegen Beta ist sowas. Ja, selbst. Das war wohl nix. Der Dragon hat auch noch... Weil der Dragon hätte dich meiner Gott getötet. Alle die hinter dem Ziel stehen, kriegen auch noch Schaden oder dann eben leben. Was ist das, man? Es leckt einfach alles nur so hässlich. Das ist so heftig. Echte APM oder Faked APM? Achso, jetzt weiß ich wieder, wieso es leckt. Wieso? Ich sollte mal den WW Download ausmachen. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum es so hässlich leckt. Herzlichen Glückwunsch. Hä, du lädst es schon wieder runter? Der Rengar ist... Oder was? Nein, es leckt genau gleich hässlich, genau so wie vorher. Hey, die sind alle mit. Das dauert ne Zeit, das dauert ne Zeit. Ah, scheiß Steine. Der Silian ist da oben auch noch. Ja, ich weiß. Jetzt träum ich hier die Steine, ey. Ah, der Silian. Ich hab keine Ulti mehr. Der Talon hat Bursties und sowas. Wow. Weil die Ashe hat mich ge... down getaggt. Als ob der mich jetzt erwischt. Mal gucken, wie ich in der Zeit hier stehe. Mann, direkt von hier. Please. Ich weiß das, Dorni. Kann gleich wieder erste E machen. Ich fang langsam an, den Silian zu hassen. Er nervt einfach nur. Ja, er nervt total. Pass oben ein bisschen auf, ne? Ich fang gleich mal wieder von der Seite rein. Moin, Nohob und Slicerwold. Irgendwas unsichtbares. Rixly. Hallo, ihr zwei. Bakurion, der Tryhard ist ein bisschen, oder nicht? Dich? Lass ihn doch. Ich mein mit seinem Arti-Bild. Ich habe den Rengard nur eben grad fast geduelt. Das ist nur er escaped, weil er seine Ulti eingesetzt hat. Ja, hab ich gesagt. Hallo, ho. Nice. Niiiice. Das supportet leblanc. Das supportet leblanc. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Downy noch voll draufknallt. Nee, ich hatte keine Ready. Auto-Attack? Du kannst Auto-Attack mit Downy. Ich habe trotzdem Assist bekommen, also. Disrespect. Aber bei dir ist es eigentlich, glaube ich, wichtiger sogar. Könnt euch pushen, lachen wir uns. Nee, wenn ich Assist bekommen habe, kriege ich auch schon die Passage. Passiven Effekt, meiner View. Das, was halt ziemlich lustig ist. Oh, Wenger und Kassel ist das gleiche Team. Wow. Dirk, messen wir das Support, leblanc. Achtung, TP. Ja. Tylon, Tylon, Tylon. Aber was? He, er kann unsichtbar werden? Gut então. Ja, decent. Beschützlich! No, beschützt dich nicht! Ich habe leider kein Esel, sorry! geht weg leute geht weg leute geht weg leute scheiße man macht der damage ja als ich gestorben hätte ich sofort weg gehen müssen nein ich hätte noch drauf gehen können ich wollte ein bisschen abwarten aber ich habe dann glaube ich die bombe ja aber weil du cool hast du nicht kämpfen können also nein doch nein der stelle endst du gegen dich infrage hört euch auf zu streiten stadt ist standard bei uns wie gesagt wir müssen ihnen genau das feeling immer gegen was beim chaos spielen nur noch schlimmer sein wird das ist alles nur vorbereitung das ist das ist aber meckern das ist nicht das ist vorbereitung das ist meckern und kein chaos das ist 100 prozent vorbereitung hey conchita willst du bluten äh ja oder will der blog den ist mir sowas von latte das dauern die daneben er hat so sollte reichen und wieder zurück weißt du ja wohl nix oder talon ist wieder da ich könnte in talon mal böse hau dann hau ihn ins gesicht ins gesicht findest du leider von ich hab ne gott zu stellen das haben wir noch mehr als als glaube ich nur der hey der silian eins da ja das sind einige ähm silian kommt auch noch ab durch die mitte komm schon zeit messer nice aber trotzdem try me you bitch ah silian hat seine zweite bombe auf mich oh wow flash ist einfach raus ne Ich hab ihn dir. Ich hab ihn dir Tiger. Ja, sagt er. Und klaut wir den. No Steel intended. Oh doch. Aber der Tower Steel ist jetzt intended. Ich müsste eventuell die Asche davon abhalten, mein Tower zu klauen. So lange, bis ich mein Respawn habe. Ich hab keinen Board mit. Das war gut. Weg, 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 weg. Ich bin auf dem Weg. Oh Gott. Du rennst ja auch bei mir genau rein. Ey, dieser Champ, ne? Du bist so heftig geslowt. Das ist so abnormal. Du warst bei Asche? Ja. Du denkst du kriegst sie? Sie flasht weg. Autotack, Autotack, Autotack. Und das die ganze Zeit einfach nur. Da kommst du einfach nicht weg und auch nicht hinterher. Ja, deswegen sollst du auch nicht alleine gegen die Asche kämpfen. Oh Mann. Und du hast halt, wir haben ja noch Zillian, da wird sie halt noch schneller. Ja, aber Zillian war ja gar nicht da. Aber trotzdem. Ich hatte keinen Flash mehr, sie hat raus geflasht und die hat einen Autotack gegeben. Ja, sie hat sich trotzdem bekommen. Toll. Geh schneller Text, ich brauch grad ne super Zeit. Hey, die Zeit ist gar nicht so schlecht. Repp. Sinds bei euch aus? Kann ich weiter nach unten buschen? Also bei uns, wir haben grad jemanden getötet. Ich kauf, ja. Ja, die sind grad im zurückziehen. Ja, die sind bei mir. Ja, die sind grad im zurückziehen. Kauf mir erstmal Rabadons. Jetzt gibt's noch. Muskel aber auch, denn wenigstens wenn. Wenn nur mit dir Sachen Klaus auf die Lassels lassen. Auf der Botlin ist ziemlich viel Farben, ne? Easer Slow. Hol' ich mir. Mit meiner Q und W. Ah, wow. Und der D. Achtung! Rengar, nur Flash. Haben gleich gemacht. Sollte das Problem gleich mal keine Rüstung haben. Der Rengar hat auch keinen Flash mehr, ne? Also pass auf. Ah, ich geh nur hält. Ah, scheiß Controller. Alles auf den Controller schieben, alles. Autsch. Will ich zu mir kommen? Nice. Genau, kommt er zu mir. Genau, No Hope. Blöder Text, ne? No Hope. Blöder Text. Immer dieser blöde Text. Ups. So, jetzt muss ich hier noch durch. Let's weg. Wir können weiterbleiben. Hä, ist Cecilia nicht gestorben, doch, ne? Der hat sich wieder... Ne. Oh mein Gott. Ich hab dafür meine Ult. Naja, seine Ult ist raus. Äh, ich komm nach oben, ne? Es ist 3 gegen 2. Äh, 4 gegen 3, meine ich. Oben sind 2. Da unten ist noch dieser eine, der unsichtbar ist. Irgendwo. Ah ja, der unsichtbare Typ. Du hast ihn gefunden. Und du hast ihn gekillt. Mit meiner W. Oh man, der AD Carry, der die Kills brauchte. Hä, ich brauch die Kills. Loll. Hast du gekrittet? Ja. Ah, okay. Ja, du brauchst die Kills mit der Kuh oder mit deiner Ulti, ja. Da auch ne. Ja. Du brauchst die Kills mit deiner Kuh oder mit deiner Ulti. Das mit deiner Kuh, weil dann kriegst du 10 AP. Ne, bei Champion-Tötungen und Unterstützungen erhält Vega 5 Fähigkeitsstärke. Ja, und mit der Kuh erhältst du nochmal. Ja, nochmal. Ja, wenn du mit der Kuh gehst, kriegst du nochmal Bonus. Aber in dem Moment... Ah, daneben. ...hätte ich nicht mit der Kuh gehen können. Achtung. Leute, ich würde nicht... Hier ist gewollt. Geht da weg, Leute. Es sind zu viele Gegner. Und wir haben einmal schnell den... N, soll ich mal assig sein. Ah, ne, der geht doch nicht. Ah, ne, der ist vielleicht wieder... Komm mal mit, ey. Also, wir können den bürsten. Einen von den... Ah. Unwahrscheinlich. Downing, bitte? Hä? Bitte? Ja, ja. Moment. Ja, ja, Doktor Light. Kaum mir kein, ähm... Frikadell ans Ohr. Ich möchte nur mein Upgrade haben. Hehe. Wollen noch alle. Welcher Teil war es nochmal, der in Hadouken beinhaltet? X1. 1. Oh wow. Und 2 hat, äh... X2 hat in Shoryuken. Komm schon. Äh, weg damit. Hey, hier. Z in Zilin. So. Oh. Ich hab... Ich hab leider einen falschen... Oh, ich hab doppel... 1 gedrückt aus Versehen. Ups. Das muss ich gleich mal resetten. Ne, das macht automatisch so. Okay. Nevermind. Geh weg, Kevin, geh weg. Das macht so viel damage. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin super in der Zeit. Wow. Danke. Äh, Daumen, du weißt was ich... Ich bin tot. Oh. Wow. Sich töten. Wow. Ah. Äh, 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 äh. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Was glaub ich, Leute? Das Problem an der Sache ist einfach nur, wir dürfen halt nicht immer zu den töten, der den scheiß Ulti bekommen. Ja. Danke für den Hinweis. Ja, ich weiß. Ist ja hilfreich. Hm. Geh mal auf den Banner. Ja. Bei Kurion kauft ihr doch Frozen Hut oder sowas, sonst bist du zu schnell um. Ja, ja. Das ist bei einem AD-Team sag ich mal auch nicht verkehrt. Ja, und du brauchst halt, du brauchst halt deinen Crew damit, da kannst du mehr Crew Spam. Ja, ich bin noch dabei. Ich brauche halt einen coolen CD und schlage mich tot halt im Late Game. Äh, äh. Weil die halt Hauptsache Damage. Den Set kann ich holen. Wenn, wenn du den Stun kriegst. Ja. Ah, verdammt. Oh shit. Oh shit. Leute, jetzt verteilt euch doch nicht. Ja. Heft ihn hier. Und jetzt rein. Da. Oh ne, den hättest du aber treffen können. Hä, ich hab... Der ist raus geflasht. Ja. Hä. Wenn der raus flasht, kann ich ihn... Neu Mibio. Weg, weg. Weg. Konnti nicht stun. Wow. Jetzt hab ich den falschen getroffen. Weg, sonst... Die Bombe macht zu viel Schaden. Irgendwie haben wir echt total Probleme grad. Und Regenzeit. Ohhhh. Labert mir doch alle nicht ne Frikadell an so, ich will doch nur ne Bestzeit haben. Sorry. Nicht ihr. Ich mein die im Spiel. Huch. Irgendwie ist gerade der Chat ziemlich blau bei mir. Ne Twitch-Chat. Bei mir nicht. Bei mir ist er schön bunt. Äh, hellblau, dunkelblau. Frikis. Dunkelblau. Ah, fuck nicht genug irgendeinen Container drin. Ey, ich krieg keinen Farm hier. Das ist doch schlimm. Botlane. Ash, Ash, Ash. Ja, aber Botlane... Wir gehen zu zweit, Pop. Ah, fuck, er hat aufgepasst. Da stand ein Wort... Moin, Evoki. Oh, shit. Wenn er kommt, komm ich entgegen. Wie hat sie das blaue Tal da reingestellt? Hast du das gecleared? Was? Äh, Mist. Talon... Talon ulti ist... aus. No hope, dann wirst du das nicht sehen wollen, dass Zero gleich kaputt geht. Was war das denn eben gerade? Er macht seine Ulti weg und greift trotzdem noch weiter an. Dann kann ich ihn auch attacken. War da einer? Talon ist down. Cool. Die machen Botlane, Drake. Ich... Ich push. Nein. Wir können Drake machen. Ah. Warte, lass mich ihn ra... Lass rauspullen, lass rauspullen. Lass rauspullen. Ich bin der Ward da. Äh, Achtung zu dem Punkt. Warte, rauspullen, rauspullen. Müssen aber aufpassen, ich hab keinen Smite mehr. Ja, lauf in uns, Iga. Wir können was machen, kann. Okay. Bla 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 bla. Ich bekämpfen. Ich seh schon die Zeit eins... Hey Downy, was machst du? Downy. Lol. Wollte eigentlich ganz Zeit E, aber auf einmal hat er einfach nichts getan. Egal. Du bist eben gerade einfach nur neben ihm gelaufen. Ja, ich hab irgendwie ganz Zeit E gedrückt, aber... Ich habe gerade erst realisiert, dass die E, als ich E gedrückt hatte, hatte die E noch einen Cooldown von 0,2. Egal, ich hab sie noch gekillt. Ja, ist gut. Wir haben gerade ge-A's. Egal. Wenigstens gibt er mir gerade ein richtig schönes Muster. Hier ist ein Wort drinne, Sakurion. Ich hab's gesehen. Und gerade geht in Farmen, ey. Evoki, wir spielen schon die ganze Zeit LOL im Hintergrund. Wo die komm Evoki? Machen wir schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich spiel gleich aber eher mit Koroks unten, dann Borderlands mit Randomizer. Oh, cool. Dann ist unser Lowry weg. Ey. Fuck you. Ey, dann ist der Bombo, ne? Ja, die spielen Leute im Hintergrund, die Woki. Leider. Hab ich doch gerade gesagt? Aber es geht fast schon. Ja, fast schon alles. Ah, komm, stirb schneller. Meine Güte. Er hat seine Ulti aber jetzt auch raus. Der Rengar. Ey, Tisar! Wieso, Mann? Was Pika? Piko-Sohn? Was zum Beispiel ist Piko-Sohn? Too much anime, vorhin. Das ist ein... Eine... Vielleicht... Verniedlicherung von... Verniedlicherung, ja. Von Piko, Mann. Wer ist Piko? Wer oder was ist Piko? Hast du dir schon mal die schöne Serie Boku mit Piko angeguckt? Nein. Aber ich kenn sie vom Namen her. Ganz schön... Ganz schöner Anime. Mit sehr viel Action. Sehr viel Brust-Action, glaub ich. Äh, nee. Wenn es das nur wär. Oder das High School of the Dead mit dem Scharfschützengewehr zwischen den Titten. Nein. So hartlos ist das auch wieder nichts. Geht's schon wieder auf die Anarchie-Ecke zu, oder was? Äh, es geht auch noch viel weiteres zu. So, da die Locklane nicht gepusht ist, pushen wir jetzt mal... Bottom, oder? Nein, pushen wir bitte. Oh, shit. Ich geh weg. Äh... Kevin, nimm dir den Drake. Das wär der extremste Slow für dich. Naja, nicht den Drake, den Red Bull. Wenn ich... Mach doch auf, aber du hättest jetzt eben grad stunnen können. Jetzt hat er Sitz dann. Äh... Ja, lass mich los! Ich... Ich... Habe keine Zeit für dich mit zum Spielen. Den holen wir! Oh mein Gott! Er macht doch... Er macht weh! Er ist oben! Nicht stehen bleiben, Mann! Ist retarded! Hätte ihn fast down gehabt. Hätte hätt ne Fahrradkette. Links einer Tiger, genau! Rechts Akku und... Schon verschessbar. Komm, schneller! Ich hab keine Zeit! Ich hab keine Zeit! Meine Güte! Ich hab keine Zeit! Alter! Das glaubst du selber nicht, Mann! Don't mess with the support! W-with LeBlanc support, Mann! Die Support macht uns hier alles! 966 Support, warum nicht? Ich brauch... Ich... Ich brauch mein, äh... Bluetooth, ey! Ich brauch Schild! Ey! Das ist so nervig! Evoki, ich kenn die Sprache Rissisch gar nicht! Die Neue... Rissisch? Ja, Rissisch! Rissisch? Meine Güte! Ey! Ich hab jetzt... Genau in dem Moment... Genau in dem Moment... Versatt mein Controller! Das ist schlimm! Kevin, willst du etwas? Ja! Ja, okay! Dann komm! Oh, weißt du, dass du nicht sonderlich Hilfe brauchen würdest? Aber ich will trotzdem Hilfe! Dann klaust du mir den E! Was meint denn alles... Wenn der Ringer ist auf bottom? Achso, nee! Wir haben das falsch verstanden... Meine Güte! Ey! Wir haben das falsch verstanden, Marseille! Das Spiel WoW an sich ist kostenlos! Das ist 5 Euro nur! Aber kein Monat! Oh, fuck you! Oh, fuck you! Wir hatten sowieso... Wir hatten sowieso... Maxi sich das holt, ne? Garten! Das ist aber auch nur der Support! Oh, shit! Maxi sich das holt, muss ich mir keinen Monat mehr kaufen, sondern nur du! Nein, dann hol... Maxi hat es sich ja dann erst nur geholt! Ich hab dann ja auch noch nichts bekommen, Marcel! Das weißt du schon! Ja, aber er... Ich hab ihn angeworben deswegen! Ja, ich hab dich doch auch angeworben! Ja, aber ich muss mir einen kaufen, damit du was bekommst! Ja, er auch! Er doch auch! Hast du irgendwie dumm im Kopf? Ja, ich mein, wenn ich ihn angeworben hab und du mich... Er sich das kauft, bekomm ich einen Free-Monat... Nee, nee, er kauft sich dann erst nur WoW, aber erst wenn er sich dann den nächsten Monat kauft an sich! Genau, wenn er dann den Monat nach dem Free-Monat kauft! Sonst wär das ja bei mir... Sonst hätte ich ja schon direkt von Anfang an so viel gehabt... Aber hatte ich ja nicht! Den Monat nach dem Free-Monat, dann zählt das! Denn... Denn mit ihr WoW hab ich nicht mehr! Ja, das ist dein Problem! Parlon ist hier... gewesen! Ey, Ash push Topflin wieder! Ja... Ja... Topflane? Topflane... Und da... Downy? Ja... Hat ja geulti, ne? Jawoll! Scheiße! Kannst du flashen und... Werdamm! Pass auf! Ja, Flash ist raus! Flash ist raus! Bei Ash! Dann hättest du sie auch geflasht! Sie hat geflasht! Ja, du hättest sie aber auch kriegen können mit Flash grad! Warte, meinst du lieber Baron? Nee, hätt ich nicht! Nein, da steht ja ein Wort! Ich weiß auch nicht wo die sind! Ach, da sind die! Die sind Top alle! Die hatten gehofft, die könnten mich noch holen! Nee, die wollten uns baiten, Alba nur! Nee, die wollen fighten, die wollen fighten! Merke! Au! Warte, du musst mir... Wo, Zakurian? Ja! Ich bin doch gar nicht da, warum fightet ihr? Ja, warum bist du nicht da? Weil Drake gespawnt ist! Wir haben doch gesagt, wir gehen alle top! Dann kannst du hier abfahren! Ja, genau! Ja, genau! Die dürfen mich nicht anspringen! Das Problem ist einfach nur, die tun es einfach! Ja! 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 Ich bin ja auch nicht! Ich bin ja auch nicht! Okay, dann! Dann ist gut, dann! Du hast ne scheiß PC, das ist doch... Halt die Fresse! Mein PC ist nicht scheiße! Das ist eine Standard-Beleidigung! Ja! Schon geworden! Na, halt den... Halt den Fall im Haus! Wer nicht zu... ...x Niveau! Glaub' mal, ob ich bot vielleicht irgendwas krieg! Kannst du auch mit deiner Queue machen, dann bekommst du auch einen Stick! In Ward? Ja! Cool! Hä? Was denn? Nevermind! Ward hat sich erledigt! Ah! Hey, da ist Zillian! So gut! Zillian! Wir gehen alle Richtung Baron! Ja, haben gerade geboardet! Krash ist auf Bord! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ach, du bist es! Hier irgendwo steht ein Bord! Oder hier irgendwo stand ein Bord, ich weiß nicht! Ah, er muss den Stream wieder amuten! Ja, du bist locker Ulti! Kannst du deine Eta reinsetzen? Trank! Alter! Gernektor und Damage OP! Haha! Vor allem... Wir haben den Busch vom... Frisch vom Dracombson... Oh mein Gott! Komm schon! Ich muss wieder Zeit gut machen! Oh mein Gott! Komm, Sakurion! Wir sind zwei Tanks, wir können den Tor in sie holen! Er ist auf Bord! Ich bin da! Ich bin da! Gehst du vor? Ja, Minions sind sofort da! Keine Chance! Bot ist down! Oh ne, wir sollten weg! Wieso? Weil wir nur zu zweit sind... Jaaa! Wir haben keine Chance gegen die... gegen die... Zett und sowas alles zusammen! Wir sind alle hier! Ey, bis auf Leute! LeBlanc! Kriegst du die Ash? Ne, krieg ich nicht! Was? Kommst du wieder runter? Ja, 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 ja! Unser Inhibitor ist weg da oben, Leute! Jaaa! Dann ist unser Inhibitor down! Ganz irgendwas machen! Oh! Gott! Hey! Komm jetzt mal rein! Verfressen, kleiner roter Panda! Verfressen! Ich hab viel... Ich hab viel gefressen! Oh mein Gott! Jaaa! Ich bin unterwegs, Mann! Geht ihr zurück? Ich pushe hier! Downey! Warum bist du nicht mitgekommen? Ich kann hier... gerade... relativ gut pushen! Ahhhh! Scheiße! Ja, jetzt bist du Rip! Warte! Verdammt! Verdammt! Ihr zu weit gepusht! Ihr hättet die... Ihr hättet den Inhibitor sofort weggehen müssen! Jaaa! Jetzt haben wir 1 gegen 1 auf den Hips! 1 gegen 1 gegen... Aber jetzt haben wir trotzdem mehr... äh... Ja, jetzt hab ich gerade... Kurian und ich können Tufi vormachen! Ich hab den Dingsens abgeblockt! Der hat geultet, oder? Ist das unsichtbar, wer hat denn seine Ult? Doch, hat doch gar nicht! Die sind alle weggelaufen! Wer? Er hier! Ist... Ist von Dingsens... Ähm... Das... Von Talon... Die Ulti... Das er unsichtbar wird... Er wird unsichtbar, teilt sich den Splitter auf... Und dann... Macht er alle Splitter zusammen! Ah! Der... Dann hab ich von... Seine Ult... Gedingst... Keine Ahnung... Ich brauch ein bisschen mehr Vision! Oder... Wilde Blocks sich keine Wards kaufen! Ah ja, wir haben alle! Ich brauch ein paar! Ich brauch ein paar! Aber... Ey, warum... Warum wurde der verstärkt? Du hast Promote dabei? Irgendwas... Hab ich gebraucht! Was ist Promote? Ja, hab auch nicht! Nein, du hast ja nicht kennen! Oh wow! Guck mal, was die hat, ey! Hey, ich hab Flash alles ready, man! Ich werd dir sowas von jetzt holen! Ja, Torben, die kann einfach durchlaufen! Nö! Jetzt nicht mehr! Hast du Ulti? Egal, wir kriegen wir trotzdem! Wir kriegen wir trotzdem! Wir kriegen wir trotzdem! Einmal stehen bleiben! Ey, ich geh Botlane! Schön, ey! Das bringt auch noch rüber, ey! Der Tiger trollt mich mal wieder! Fuck this! Oh, egal! Heilo, das ist immer noch ein Ziel, ja! Du kannst nicht hinterherlaufen! Da kann ich das! Oh, da steht nur Tor! Wie gesagt, du kannst! Dir nicht hinterherlaufen! Ja, doof geworfen, die Bombe! Das hat er auch noch abgewehrt, diese Scheiße! Ah nein! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Pass auf! Zett kommt wieder mit Shadow her! Meine Güte! Scheiß Tiger! Genau Tiger! Schäm dich! Ich hab Ulti wieder ready! Ich hab Ulti wieder ready! Ja, wir könnten... Ich weiß nicht, ob du kriegst... Kann Dragon Solo noch schon wieder Ulti! Wow, wow! Ja, ich weiß nur, Hoop! Der wollte mich einfach treuern, der Tiger! Der wollte mich tot sehen! Gott sei Dank hat er es nicht geschafft! Du warst so crazy, man! Hallo, du kommst einem Zillian nicht hinterher, wie oft noch? Den will ich doch gar nicht haben, Mann! Du bist aber hinter ihnen hergelaufen! Weil du da vorgestanden! Meine... Äh! Wow! Da... Und das! Wir gehen Richtung Dragon wahrscheinlich! Ich gehe Dragon! Toll! Ich sag da mal nichts mehr zu! Ich bin komplett raus! Jetzt! Ich muss abbrechen! Ich... Tut mir leid! Sorry, dann halten wir die Klappe! Nee, nee! Das ist... Die Zeit ist komplett vorbei! Ich habe gehofft noch einen Pw zu kriegen, aber jetzt schaffe ich es nicht mehr! Achso, du meinst, weil der Run verkackt wurde! Ja, ja! So, ich dachte jetzt wegen uns, dass du jetzt keinen von meinem Bock hast! Nö, 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 nö! Aber den mache ich jetzt noch zu Ende! Au! Dieser fucking Jungle! Haben kauft dir Sonius! Ja... Das... Das... Das Problem... Das Problem ist, die können uns alle kiten! Wir müssen zusammen campen, wo das war's! Wir müssen einen Cage treffen, wo dann meine Ulti, sonst war's das! Wir können uns einfach... Wir können uns einfach... Wir können uns einfach die ganze Zeit hier, äh... Weglaufen! Das Flame ist lustig! Das wird morgen noch mehr! Ja, ja! Ja, sorry für den Flame! Sorry! Hehehe! Gehört dazu! Sonst wäre es keine Anarchie! Nee, Alter! Trotzdem ist es nicht in Ordnung! Ey, Leute! Wie schnell... Wie schnell der Zett daherkam! Das war auch noch so kurz bevor ich das Level geschafft habe, ey! So ärgerlich! Dass ich auf letztem Leben war! LeBlanc, kommen wir zum Blue! Warum? Du hast ja keine Mana-Probleme mehr und schon... Deine Cooler Reduction! Danke! Ja! Guckt mal, dass sie in Bond-Lane-Problem noch verliert! Bin ich bei! Rengar hier! Hallo, die waren hier! Da, Rengar! Irgendwo! Oh ja! Nicht nur Rengar! Hallo! 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 Ähhhhh... Pass ein bisschen auf! Wir seid nur zu zweit! Ja, wir müssen eigentlich zusammen bleiben! Wir müssen zusammen feiten! Wir müssen zusammen feiten! Bin gleich stark! das müssen wir wissen meine rache so da ist der händler ist fast dort seine ulti raus bekommen wir weg ja wer wäre ich mit ihm eingegangen wäre ich tot wahrscheinlich das problem ist wenig ulti wird sofort ihr weiß schon was ulti raus kommt ihr alle von der seite kommt schon raus hier heute sind schon wieder viel zu weit auseinander los ich kann immer rein ich kann euch kiten ich kann auch noch darüber mein gott wieso muss er mich immer tollen das gibt es doch nicht man diese ziel ja wieder die hohe sie auch alle schon du weißt schon was wiederbeleben wir kommen halt an die leute nicht an dem ist irgendwie haben wir auch guardian angel ane wir können gar nicht holen oder werden kann nichts machen alleine sollten wir statt übrigens vielleicht noch ein anderes rüstungsteil holen so mal sehen ob der tag an mich diesmal nerven möchte oder nicht genau tiger tiger peace ich kann nichts gegen diese fucking ersch machen ja klar wenn du drauf springst sie auto attackt ja einfach nur die ganze du bist dauerhaft geslowt und sie haben halt noch den silly an der er noch mal die leute verschneller hat ja der hat nicht mal cooldown reduction oder sowas nicht wirklich aber er gibt ihr guck der hat schon wieder ulti obwohl er die vor nicht mal zwei sekunden benutzt hat ja fucking no ernst downy nimmst du den topman ausmacht da das kann doch nicht schon wieder wahr sein ich habe gerade nur den denkstens geholt wie gesagt sie kann euch kiten oh meine ich kann euch kiten schon wieder oh nee 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 Das Problem ist einfach, wir haben kein Movement bei unserem Toplaner und Jungler. Ja, du hast zwar den E, aber das war schon okay. Aber trotzdem, mit dem E kommst du halt nicht sofort ran. Moin, Mohawks. So viele Slows haben, das ist so dumm. Ähm, hier irgendwo, ne, da war vorhin der Dingsons. Hallo. Ja. Wir holen jetzt auch als nächstes Garmin Antil. Hol dir doch Tenacity. Die... Michael. Yes, die wollen mich jetzt alle hier träumen. Was war's hier? Könnten jederzeit einmal Baron machen. Na, die wollten keinen Baron machen. ich hätte wenn ich jetzt schon wieder raufgehe den dann nehmen wir zuerst und wir haben die eine millionen aufrufe rommel ist dann ist dann ein base 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 also heute ist heute ist weg von mir eine fette rummelrunde mal bitte klingt ein wenig schwach gerade von uns können können wir nicht gleich berlin machen der backport wird nicht abgebrochen ich glaube das war deren fünfter drake das war der dritte dritte und drags ist ausgeglichen die haben ein paar türme mehr haben nicht mehr soll ich nun zu holen oder noch ein anderes du musst halt börster mitmachen du musst versuchen die erste zu töten oder ihnen einander einfach ins zu töten oder so an ich nur mit die erste die erste auch ich habe gefunden es hat gerade mehr oder weniger geworden ist war die hochschule hängt halb in bern rein ja die ärger und hier hat die zweimal hochschule Ja du kannst Stacks drauf sammeln Ah, da kommen sie Nice Ich muss Slow isolieren Ich geh zurück und farm die Inhips, farm uns zu Base Alles klar, ich geh Knallt ihr auf die Inhips? Ihr müsst auf die Inhips knallen Ja komm Sakurian, du push top Kevin kostet mir Mitte Ich bin tanky genug Ich knall auch, ich geh auch bottom direkt runter Und da seh ich kein Tower mehr, ich kann eigentlich direkt durch zum Inhip gehen Genau, geht einfach durch Das ist in 5 Sekunden wieder da Ist doch egal, wir können weiter pushen Lass Tower machen gleich Komm, Sakurian Ja Komm, 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 komm Lass du den Tower an Bin da Komme Hiel dich, hiel dich, hiel dich Ich bin halt durch, Leute Ja, Auwe-Externe So, kriegen wir nicht mehr Was habt ihr denn? Z hat dich geholt, du hättest die Creeps nehmen sollen, du hast doch gar nicht leistet Da war noch keine Creepser, ne Ich war noch direkt neben dir Ich war noch keine Creepser Tobin, geh weg Die Respawn Ja, jetzt erst Ich wollte einmal noch die eine Minion Wave Wir kommen Alles klar, wir haben wieder Wir haben jetzt quasi ausgeglichen Wir haben den Baron Wir haben zwei Wir haben zwei Äh, pass auf, ne Und bei uns stehen alle Ja Du musst mit dem Cooler Versuchen Ja, ne Oh ne, das weißt du ja Dort Weißt du ja I know that Haha, ich hab's gesehen Talon Ich hab's gesehen Was hat er gemacht? Der hat außerhalb meines Sichtrates geultiht Ich hab einfach seine Klingen gesehen und bin zurückgelaufen Die Ash kommt hier Talon und Ash waren zusammen Ja, aber da wollte er Ult hin, wenn er aus Sichtradius war Oh Dann Lass mich den Schatten holen Das Ganze hat mich ganze 6 Minuten gekostet, ne Dass ich da einmal ein Game Over hatte, ey Ah, Torben, ich hab doch die ganze Zeit gesagt, geh weg Ja Aber Aber da und die hört doch nicht auf uns Ja, aber du musst ja mittlerweile helfen Du musst aber Downey Das Problem ist einfach nur Wir dürfen jetzt keine Fehler mehr machen, ne Fehler ist tot Fehler ist dann los Der erste, der jetzt noch einen Fehler macht, ist Judy Der erste, der jetzt noch einen Fehler macht, ist Judy Firefox schmied die ganze Zeit ab Die waren Die sind in Die sind im Fluss reingelogen Ganz kurz hinten, gibt es diese Potions noch? Diese Consumer Potions? Ja Ja Hab ich ja auch schon angeratet Ja Brauch sie grad mal, weil Kann man sonst nix mehr kaufen Sollte ich meine Schuhe verkaufen Und was anderes davon holen? Eins für AP, eins für Tank Und eins für Ne, ne Was sind Schuhe? Ne Ja Du musst pur Du musst pur durch Durchrotzen Welche Verzauberungen sollte ich nehmen auf die Schuhe? Egal Eifer Verzerrung Okay Aufruhr oder Kannst das machen, da wo du deine Codons wieder da sind Spriert da sind Von Flash und so Ashes Bot Wir könnten fighten Wir sind 5 gegen 4 dann Drake spawnte in 50 Sekunden Brauch ein bisschen Vision Der Drake könnte ich rein Die Solo machen Ja könntest du aber Die werden höchstwahrscheinlich Sowieso alle da sein Der Blanc kommst du? Ja Das, das Gute war einfach nur Ich hab halt Instant den Go Mein Sunfire killteam Spring einfach rüber Egal Alter Du schließt nicht ganz davon Der von den Cheeks No way In 18 Sekunden sind sie wieder da Es ist der Drake wieder da, ne Ich Vega ist im Late Game Oh shit 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 Gar keine Mana Probleme May Die Ash Mach den Drake Solo Okay Downy helft Helft im Team Las, 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 downy, downy, die nach oben, downy, genau Hol zu dir Ja Warte Warte Den kannst du bürsten oder? Pass auf Den hauen wir eben weg Warte Hol sie jetzt raus von ihm Hast du irgendwie Slice? Ja ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn im Slow Ich komm nicht hinterher Geh auf bohr Hilfe Auauauauaua Ich hab Ulti noch, ne, Leute? Geh zu, dass du mit Lifestyle hinterherkommst. Wir haben hier Creeps ohne Ende. Ja, das Problem ist einfach nur, ihr tötet mir meistens die Creeps voll. Hey, der ist raus. Ihr müsst die Ash töten, Leute. Downey, mit deiner Ulti könntest du Ash töten. Mit deiner Kuh und der Ulti. Kommt er doch raus. Oh, fuck. So, ich klick euch noch schnell den Text weg und dann will ich kurz mal irgendwo hin und dann einen rauchen und dann bin ich gleich wieder feucht da. In der Zwischenzeit habt ihr die anderen noch zur Unterhaltung. Das Problem ist, die Ash darf halt nicht überleben von da. So, ich hab die mal geblockt. Nice. Ja, aber weg, aber weg. Also ich hab jetzt die Bot durchgepusht bis zum letzten, bis zum Inner Power. Gut. Gut. So, kannst jetzt machen. Ach so, Sakurian war nicht da. Ist trotzdem relativ gut ausgegangen. Ich hab doch den Drain geholt und dann hab ich Bot gepusht. Na gut. Sehr nice. So, ich hab mir jetzt auch Bot geholt. Sumo Dragon MTW. Ja, ich würde den gerne sehen, wie viel AP der hat, weil gegen ihn Resist zu kaufen ist unnötig. Stimmt, warum hab ich gleich? Knapp. Ja, dein Dingensens, dein Spirit Visits ist unnötig, Sakurian. Kauf dir... Das verringert ja noch die Magie Resistens. Das ist höherer Burst, sowohl von Donnie als auch von... Kauf dir mal Form-Mail, dann ist die Ash richtig gerippt. Dann weiß ich auch nicht, was die... Oh, ich merk grad, ich weiß, dass wir nicht so schlecht werden. Ich hab noch die falschen... ...Mass-Wüß drinne. Nein. Ich hab mir genug Geld. Äh, Andy of Ideas. Alter, ich... Ah, Creeps. Ich hab den Scyllian nicht erwischt. Ja, die Essence rausgeflasht. Okay, da ist noch ein... Lass mir doch den Essence! Mann, ich brauch ein bisschen Leist hier. Und ich brauch... ...die... ...die Stacks. Alter! ZWEIT! Komm, ein Autotank, zwei Autotanks! Oh, Sakurian, richtig... ...wie die auf mein Decor reingefallen sind, ohne Witz. Heel! Oh. Hoooooh! Da haben wir in ihren Farmen. Alter, ich hab mit 20 HP überlebt! Boah, Alter! Wir gewinnen das noch. Dieses Game! Wir sind seit... Ihr könnt zwar nix sehen davon, aber... ...wir sind ja seit... ...sechzig Minuten... ...sechzig Minuten... ...sechzig Minuten schon. Oh mein Gott. Ja? Warum gehst du top drin? Deswegen... ...Pinions. So, Leute, ich entschuldige mich, dass ich grad ein bisschen... ...Solty war, aber der Ran... ...war so kaputt. Der Ran? Ja, der Ran. Der Hund. Der Hund. Auf geht's! Dumm drauf! Knoll durch! Ass! Aoi! Aber drauf, Kevin! ...den jemand muss mal ranken für mich. Wieso hab ich kein Teleball mitgenommen? Ash respawns! LOL! Allein ihre Ultiman! Ach Leute, Downy, wo bist du? Ohhhh! Keine Ahnung, er chillt dann irgendwo. Und die... ...wenn die Minions... Ist das scheiße da? Ja, jetzt kannst du auch da hingehen, Mann! Jetzt musst du nicht hinlaufen! Komm, geh da weg! Downy, geh! Downy, geh! Downy, geh back in die Base!